Die Frau legt ihre Mann an. Der Mann lagd. Der Mann lagd. Der Mann lagd. Der Mann lagd. Der Mann, der Mann lagd. Der Mann lagd. Der Mann lagd. Die Junge legt seine Lehnerin an. Die Angestellten lagd. Eine Moschee. Eine Synagoge. 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 Eine Kerke, eine Kerke, in my hair. Worm weinst du? Weil ich nicht verlaufen habe. Wie werden deine Eltern finden? Wie lange wird die Band spielen? Die Band wird zwei Stunden lang spielen. Wie lange bin ich gelaufen? Du bist 30 Minuten lang gelaufen. Wie lange wird sie hier hier bleiben? Wie lange wird sie in Italien bleiben? Ich werde drei Monate lang in Italien bleiben. Ich komme am 22. Oktober an. Ich werde drei Monate langweilen hier. Guten Tag! Ich möchte gerne einen Teesschwese wählen. Wann möchten sie kamen? Wir kamen um 19 Uhr. Wie viele Personen kamen? Ich möchte einen Tisch für mehrere Personenbieter. Ich läufe in Berge die unter. Sie laufen in Berge die unter. Sie laufen die Berg hin unter. Sie landen... Ehrennt in Treppen. Ehrennt in Treppen hinauf. Need to study my German more. Diese Frau hat gestern gepackt. Diese Frau hat morgen gepackt. Sie packt jetzt. Zuerst bin ich 30 Minuten lang gelaufen. Dann bin ich zum Supermarkt gegangen. Zuerst habe ich ab in Essen geguckt. Zuerst hat sie einen Teller auf den Tisch gesteht. Dann hat er seinen Teller auf den Tisch gesteht. Zuerst haben sie ihre Teller auf den Tisch gesteht. Möchtest du ins Museum gehen? Ja, wir können am Nachmittag gehen. Möchtest du heute Abend in Restaurant gehen? Ja, und dann können wir ins Kino gehen. Was möchtest du heute sehen? Ich möchte gern die Tempel sehen. Entschuldigen Sie bitte, wir haben uns verlaufen. Wo ist der Tempel? Zuerst gehen Sie zum Park. Dann beginnen Sie links ab. Zuerst gehen Sie zum Park. Dann beginnen Sie links ab. Zuerst gehen Sie zum Park. Dann beginnen Sie links ab. Vielen Dank. Vielen Dank. Not too shabby. Thank y'all for watching. See y'all next time. Bye bye.